Hans Koks, ich bin Captain des Rasenden Falken. Eusche hat mir berichtet, Sie wollen zum Alderaan-System. Sollte ich das? Wollen Sie zum Alderaan-Schwanz? Ja, das stimmt, wenn Sie ein schnelles Koks haben. Ein schnelles Koks? Haben Sie noch nie gefriert? Sollte ich das? Schnell genug für Sie, alter Mann. Welche Fracht? Nur ich selbst, der Junge. Nicht. Nicht. Zwei Droiden. Und keine weiteren Fragen. Ihr habt hier also was ausgefressen. Sagten wir einfach, wir möchten Schwierigkeiten mit Chewbacca gern aus dem Weg gehen. Ah. Was am Hals, wenn das so ist. Tschui. 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 X furt. X furt. Bis zum nächsten Mal.